Selector Level 18-1, The Raid. Wir haben Makel zum Anlass genommen, um uns mal wieder ein wenig aufzupimpen, hätte ich beinahe gesagt, ein bisschen Power zu verpassen. Ein paar Münzen mehr, ein bisschen mehr Lebenskraft und damit auch ein bisschen mehr Widerstandskraft und das dürfte uns auch recht gut zugutekommen. So, wir sind aber stehen geblieben, in diesem Falle letztes Mal eigentlich bei... Ja, beim nächsten Dogfight. Das war eigentlich die Aufnahme, die ich damals gemacht habe. Und deswegen nochmal. Raketen! Oh, warum? Target selection. Security jet 6327. 100% Level 60. So, einen hätten wir schon mal. Jetzt kommen wir gleich wieder mehrere. Ja, geht. Naja, jetzt hat er sich wieder nach oben verabschiedet. Okay, wir haben noch ein bisschen... Power. Auf unserem Flieger. Autsch. So. Ai, 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 ai. Autsch, Autsch. Alta 29. ... ... ... ... Und jetzt geht's. War es das jetzt, oder kommt da noch was? Ich fliege mal lieber langsamer. Oder vielleicht doch lieber schneller. Ich bin irgendwie... Hör, 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 hör! Puh! Hör, hör, hör! Okay, das hätten wir geschafft. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich noch gespoilert. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Steep 15, Steep 25. Oi. Da war es schon, das komische Schiff. Der schickt bestimmt irgendwelche Dinger jetzt gleich hinterher. Hu... Elbitor, 33. Aaaah! Elbitor, 34. Aua! Was? Hilfe! Elbitor, 33. ahhhhhhh ahhhhhhh jit Alex abaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Was ist das? Respond, what happened? Please answer, Alex, answer. Oof. Huh? What? I... I didn't die. Hurra! Was? Geht nicht. Nochmal. Eh. Was? Geht nicht. Scheiße. Mist. But my transceiver is gone. Scheißding. Muss irgendwie von... Schlechter Qualität gewesen sein. Vielleicht... Keine Ahnung. But I got a contactor. Oh. I have another one in my bag. That may work. Ja. Nimm es. Hol es. Äh. Ich hol... Äh. Wie... Exclamation Mark. Oder so. Exclamation Mark. Exclamation Mark. Natürlich. Horizontal Ellipsis. Ja. Plümp. Hua. Exclamation Mark. Also ich glaube, die unterhalten sich gerade, wie ich gelandet bin und so weiter. Tut mir leid, das muss ich jetzt irgendwie... Warum auch immer bei diesem Update jetzt hier diese Übersetzung fehlschlug? Ich weiß es nicht. Finde ich gerade ein bisschen schade. Also ich kann mich noch so vage daran erinnern, als die Übersetzung noch funktionierte, haben sie sich eben drüber unterhalten. Ja, mir geht's gut. Ich bin hier gerade gelandet. Und so ein großes Battleship ist hier irgendwie. Und ja, vielleicht muss ich mal diesen Wissenschaftler fragen, ob der vielleicht irgendwas hat. So ungefähr. Ne? Also das ist mal so kurz umrissen. Und schon sind wir bei Stage 19. The Omnus Cave. Stage 19. Ja, und jetzt geht's richtig weiter hier. Gott, was ist das für ruhig. Ja. Da. Drüben. Guck. Lauf. Guck und lauf. Look und kauf. Ja. I don't want to climb such a dangerous place. Ja, dann flieg doch einfach. Ja. This entrance is. Bleh. A cave. I've never found this one. Okay. Anyway, going through this cave must be much safer than falling from the ledge. Ach so, ich muss ja erst durch die Höhle. Och, ich muss erst da unten durch, um zum... Maniak zu kommen. And if there will be great adventures in this cave. Just awesome. Ja. Alex entered the cave, not knowing if he could reach the other side of the mountain. Ja, nun. Selector level 19-1 entering the cave. Natürlich. Mir bleibt dann nichts anderes übrig. The path seems to be very complex. Ach, wie immer. Anyway, let's move on. Wo muss ich denn da jetzt hin? Muss ich doch irgendwo... Okay. Kann ich jetzt hier runter, oder? Ah ja. Okay, das funktioniert. Und hier kann ich auch nochmal runter? Okay. Oh, das schaut nicht gut aus. Oh. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wo muss ich jetzt runter? Hier? Ah, okay. Ah, wo bin ich denn jetzt? 49, 0. Ich bin auf 0. Okay. Das ist gut. Objekt Info. Spin Sword at 515. Spin Sword. 515. Äh. Muss ich jetzt da wieder hochklettern? Oder einfach nur drüber... Ah, drüber springen. Und wieder runter. Und dann wieder hoch. Oh, 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 oh. Oh, na gut. Haken. Hopp. Aua. Beinahe. Ich laufe durch die Gegend. Oh, mein Miranda ist noch an. Den muss ich direkt mal abschalten. Einen Augenblick, bitte. Und dann muss ich jetzt mal schauen, dass ich den hier gerade nochmal abgeschaltet kriege. So. Weiterlaufen. Ich habe nur gerade meine Kommunikationsmittel abgeschaltet, weil sonst stört mich die hier. Okay, hier komme ich auch nicht so hoch. Hier muss ich mal einen Haken. Komme ich da hin zu? Nein, komme ich noch nicht. Ich muss noch weiter hoch. Ich muss noch weiter hoch. Hilfe. Oh Gott. Das kann ja heiter werden. Wie hoch muss ich denn da? Oh Gott. Okay. Dann hier. Oha. Oha. Was mache ich denn da jetzt? Okay, warte mal. Ah ja, da kann ich... Da? Ja. Okay. Okay. Okay, da sollte ich nicht runtergehen. Ich gehe einfach... Hier. Oh Gott. Dann gehen wir mal wieder hier. Hopp. Hopp. Huch. Langsam. Halt. Und hopp. Okay. Da geht es ganz runter. 163, 31. Das ist zu hoch. Ich muss hier... Hopp. Okay. Dann wieder hier rüber. Und da hin. Und hopp. Und hopp. Uah. Oh oh. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt da runterspringen. Okay, das dürfte mir nichts tun. Oh pfuh. Und weiter. Hopp. 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 Schamp. Schamp. Und... Schamp. Warum nicht? Schamp. Na gut. Dann wieder nach oben. Oder auch nicht nach oben. Ah, hier geht es. Hier können wir nach oben steigen. Jupp. Uah. 213, 16. Jupp. Nein, nein, nein. Au. Ach, wir haben nur einen Punkt verloren. 2.285 Lebenspunkte haben wir jetzt. Was sagt ihr dazu? Ich finde das gut. Ach, warte mal. Ach nee, wir sind ja noch ganz weit weg. Um Gottes Willen, das liegt ja erst irgendwo da hinten. Das Spinnzort. Ach, wisst ihr was? Einen können wir uns jetzt mal trinemigen. Super Speed Drink. Ich bin der rote Blitz. Aber nur für 30 Sekunden. 445, 0. Wuh. Und hopp. 459, 0. Ah. Und hopp. 501, 0. M 503, 0. 500, 0. So, jetzt gucken wir, ob ich hier irgendwo hochkomme. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Ah, hier komme ich hoch. Mal gucken. 439, 12. Auf 12. Wenn ich jetzt hier weiter hochgehe? Ja, das geht natürlich nicht. Ach, toll. 490, 11. 490, 11. Ich will diesen Spinnzort. Mua. Okay, dann vielleicht. 490, 11. Ich will. 490, 11. 439, 11. Ich will da hoch. Jetzt bin ich wieder auf 12. Shit. Lass mich. 490, 11. 490, 14. Okay, jetzt bin ich auf 14. Jetzt komme ich natürlich da nicht hoch. Jetzt muss ich irgendwie... Nee, geht nicht. Toll. 491, 12. Kann ich so hoch? Nee, geht natürlich auch nicht. Och, Menno. Ich will das Schwert haben. Toll. Ich will aber das Schwert haben. Ah, daneben nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkäme. Das ist das Problem. Nun denn. Oh, wir bekommen wieder Besuch. Looks like wild creatures are living in this cave. Alex. Ouch. Damn you. 3 points. 3 coins. Okay, diese komische Fledermäuse kriege ich jetzt nicht. Da komme ich mit dem Jojo irgendwie nicht hin. 3 coins. 3 coins. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 coins. 3 Coins Empty 3 Coins 3 Coins Tactical Items List Blut Super Speed Drink 474 Makes you run very fast for 30 seconds 3 Coins 3 Coins 3 Coins 4 Coins 5 Coins 5 Coins 6 Coins owanie іт 紹ку